Hallo? Come on. Hi. Guten Morgen, Lea. Hallo? 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 Hey, herzlich willkommen bei... TiptopTube. Was drehen wir für ein Video? Einen Tag lang mit den Zuschauern telefonieren. Ich bin gespannt, ob wir hinterher nicht total heiser sind. Und Ash hat sich schon mal das Handy geschnappt und jetzt geht's auch schon los. Hallo? Hallo? Guten Morgen. Wie heißt du denn? Alina. Alina? Alida. Ach so. Alida. Genau, habe ich verstanden. Wo kommst du denn her, Alida? Aus Niedersachsen. Aha. Und was machst du noch Schönes so? Irgendwas geplant? Äh, ich habe heute tanzen. Ah, cool. Die nächste ruft jetzt an. Lea, die Polizistin. Okay, die ist auch schon wieder so früh auf. Hallo? Guten Morgen, Lea. Guten Morgen euch. Na? Wie sieht's aus? Wieso bist du so früh auf? Ich habe heute mal... Ich hatte auf den Türen und ich habe gar nicht mehr gesetzt. Wo habt ihr in der Schule? Ja. Ich muss beim Schirmie-Profil was machen. Ah, okay. Es klingelt. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Kameron. Kameron? Der Hans. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Wieso seid ihr alle so früh auf am Samstag? Ähm, mir war schlecht. Oh, gute Besserung. Oh nein. Oh nein. Mit Cola trinken, dann geht das weg. Ich... Das kam plötzlich in der Schule. Gute Besserung. Und weißt du was? Du bist im Video. Ja. Möchtest du irgendwie jemanden grüßen oder so? Äh, ja. Äh, hier bin ich grüßt auf Gruppe Pascal. Ja, ganz liebe Grüße an Pascal. Grüße an Pascal. Wir sind jetzt hier mittlerweile im Auto, auch schon unterwegs, schon seit, weiß nicht, ungefähr eine Stunde über. Wie lange fahren wir schon? Ja. Eine Stunde kommt hin. Und wir müssen noch 250 Kilometer fahren, aber wir haben natürlich das Handy hier und machen ja heute einen Tag mit Fernstelefonieren. Jetzt ruft jemand an, wir gehen ran. Hallo? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, dann halt nicht. Hallo? 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 Wer ist denn da? Hallo? Justin. Ach, hi Justin. Hallo? Was machst du gerade so? Wir sitzen im Auto. Ich folge gleich mit dem Bus. Nice. Oh, Banner. Ja, äh, Leiderstand. Hi Ben. Wie geht's dir? Rot. Super. Wir auch. Wolltest du jemanden grüßen? Ich grüße euch. Achso, danke. Hallo. Grüße zurück hier an der Schnau-Band auf jeden Fall. Leute, jetzt haben wir noch ein Video anrufiert. Geh mal ran. Hallo? Hallo? Chrissi ist erstmal hier. Hallo. Hey, Papa, Mama. Was macht ihr so? Chill. Wir chill. Wie lange braucht ihr denn vom Kind noch? Äh, wie lange braucht ihr? Ich glaube, das sind vier Stunden ungefähr. Jo, das kannst du uns zeigen. Hier, Team echt so, voll einfach. Voll krass. Team echt so. Ja, die hätten sich mit gerechnet. Cool. Dann viel Spaß euch noch. Und die nächste Person haben wir hier. Hallo? Wer ist denn da? Äh, Benedikt. Dennis? Hi, Dennis. Wie geht's dir so? Was machst du so? Ähm, ich bin gerade beim Kumpel. Ich habe bei dem übernachtet. So ein Dörter. Ich weiß nicht. Warte! Was? Schmehl, du! Okay. Möchtest du auch irgendwie jemanden grüßen oder so? Also, ich grüße meine Familie und die Klasse 8b des AVG ist Ehre. Ehre. Hallo? Hi. Wer ist denn da? Sarah. Hi, Sarah. Was machst du so? Nichts. Und wir sind lange nicht da. Ich kann doch stehen. Ich kann stehen. Ich kann gehen. Ich habe ein. Ich habe eine. Seht euch das an. Ich kann wieder gehen. Und der weitere Telefonat. Hier sind zwei Leute. Die anrufen, was in der Gruppe gehen wir mal an. Hallo? 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 Kannst du dich einfach auf Insta schreiben? Äh, können wir machen. Chris, ist Chris auch bei dir? Ja, Chris ist auch hier. Ja. Ich bin der Nörd, Chris ist da. Echt? Cool. Haut ab! Wir wollen euch natürlich ein bisschen umeimachen. Wir sehen uns jetzt einfach länger nicht mehr. Weißt du was? Irgendwann mal ruft ihr bestimmt zu Hause an. Nachher bekommen wir noch Heimweh oder so. Genau. Sitzt ihr zu Hause und heult hier. Könnt ihr uns bitte abholen? Wir wollen so ein bisschen. Ich werde euch alle vermissen. Wir sitzen zu Hause und heulen. Können wir wieder zu euch kommen? Ja, genau. Also wir pappen uns jetzt hier. Ja, ganz schnell. Wir sehen uns irgendwann. Oh Mann, den Morgen freuen wir gleich mit Michael. Tschüss. Passt doch gut auf, ne? Tschüss, Chrisi. Danke fürs Herfahren übrigens von weiß ich nicht wie viele Stunden. Danke, abdessen. Oh, großer. Hi. Hallo. Ist jemand da? Hallo. Hallo. Ich kann gar nichts verstehen. Hallo. Was? Hallo. Ich habe kein Wort verstanden. Hallo. Hallo. So, und da sind wir wieder zu Hause. Und kaputt. Und das Telefon hat im Auto geklingelt. Ring. Du, ich glaube dein Handy klingelt. Willst du da nicht mal rangehen? Und geklingelt. Und geklingelt. Und es ging aber nicht die ganze Zeit, dass wir da irgendwie rangehen konnten, weil es einfach die Verbindung ganz schlecht war und das Auto so laut war. Ja. Also machen wir zu Hause jetzt weiter. Und wie sieht es aus? Hey, Alice. Hallo. Wie geht's? Alles gut so. Was machst du gerade so? Ja. Ich verstehe auch das Handy nicht. Manchmal piept das. Manchmal klingelt das. Manchmal rüttert das. Und jedes Mal kommt auf eine andere Art ein Video rein. Manchmal kann man das weiter hören, mit dem man telefoniert und dann wieder ist das Gespräch weg. Aber, ja. Ja. Computer sagt nein. Hallo. 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 Aschida. Yes. Das bin ich. Hallo, wer bist du denn? Ich bin Finn. Finn bist du? Mensch, ich hab dich gar nicht erkannt. Cool. Bin ich im Video? Ja. Und, freust du dich auf die Schule morgen? Nein. Wieso nicht? Wer freut sich denn auf... Also, ich hab mich früher immer auf die Schule... Wir wünschen dir dann viel Spaß morgen. In der Schule trotzdem. Danke. Ich freue mich auch schon auf die Schule. Hallo. Du fackst die ganzen Anrufe, ne? Hallo. Hallo. Wer ist denn da? Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin Paul. Hi Paul. Ich hab extra ein bisschen gewartet, weil das hier... war ja klar, dass hier unter Stress und erst mal steht da, wenn es die ganze Zeit klingelt. Ja. Aber man spricht immer noch die ganze Zeit. Nein, aber es rufen auch ständig Leute an hier und schreiben auch ganz viel. Ja. Wie alt bist du dann, Paul? 13. 13, ja cool. Wo kommst du her? Ja, das hat mir vor ein paar Tagen hochgeladen, das stimmt. Ja. Ja. Ja, das ist doch cool. Ja. Freut uns sehr. Hi. Ciao. Hallo. Hallo. Also wir haben jetzt gerade Videoangruf hier. Hi. Moinsen. Wir haben doch gestern schon mit dir telefoniert, ne? Alles gut? Ja. Du liegst im Bett, wie man sieht. So, wir telefonieren jetzt hier nochmal ein bisschen weiter. Wir wollen das Video ja nicht unbedingt auf eine Stunde und zehn Minuten strecken. Dann könnten wir ja hundertmal Werbung da rein schalten und das fällt gar nicht auf. Ne. Deswegen würde ich sagen, was ist das jetzt? Wir machen hier noch weiter. Und wir telefonieren hier noch ein bisschen zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Da ist noch jemand, der auch noch Tschau sagen will.